So, let's go! Oh, aber wenn du Wassen anschießt damit, können die... Ich würde das voll cool finden, wenn Dalu ein Schnürrchen hätte. Ja, scheiße! Ja, aber richtig, die Aufnahmetaste verfehlt. So, gucken wir uns den halt mal kurz an. Wieso kann Peter springen und noch einer? Ja, Peter, erzähl mal, warum du springen kannst. Ich kann nicht springen. Unidentified Body neben Dalu. Das ist erstmal zu 90% der Betrügerleiche, die nicht von mir ist, weil ich Freerunner bin. Warum denkst du, ich könnte springen, Sepp? Weil das so aussieht, als wenn du da Doppeljump machst. Ist der Stuntman? Kannst du hochklettern hier? Ach so, okay. Ja, hat geklappt. Christian, guck gerade nach. Ja, ja. Okay, ist Dardosh Betrüger? Dalu Dardosh schon weggemacht. Dalu ist er also? Schau doch mal nach, wie er gestorben ist. Der ist doch an Fallschaden gestorben. Ne, an der Strohflinze. Äh, ja. Wer ist der letzte, den er gesehen hat? Keine Ahnung, der lag draußen. Steht auch da. Geht auch an der Leiche. Jay ist Traitor. Alter, Jay, rennt hier immer noch durch das Lager durch. Ja, warte, aber wo bist du denn? Du bist ein Dead Ringer hier gerade. Der ist der andere. Nein, Peter, du bist aber nicht auch noch Traitor. Jetzt komm! Oder? Er ist doch wieder weg! Dir! Okay, du hast recht, sorry. Oh! Was ist das denn? Er ist vergiftet. Wir können abhauen. Lass uns wegreden. Alter! Tschüss. Das gefällt mir nicht. Mal ihn jetzt. Ah! Oh mein Gott! Ja! Da! Ah! Oh mein Gott! Mann, scheiße! Ja, geil. Da, du lebst du denn noch? Ja! Ja! Entschuldigung ein bisschen! Könntst du dir erstmal zählen? Ja! Dann musst du frühstücken, ja? Wir können scheinbar stirben! Die Runde ist gelaufen! Ah! Ein Croissant vielleicht! Wird ein Schick gerade mal abkümmen! Toast nebenbei? Okay! Wo ist er denn überhaupt? Da braucht der zum Sterben! Er wird gegenheilen. Er wird gegenheilen. Achso. Also, er wird auch nochmal rauskommen. Aber ich hab noch zwei Schuss. Ah, da hinten ist er, glaub ich. Ne, er ist im Haus. Das war wieder ich. Kräftbärter. Vielleicht ist er da. Na ja, gut. Ich hab nicht gut geworfen mit den Granaten. Ja! Ah! Wieder vergiftet! Einmal hin hab ich noch einen mitgenommen. Heißt ja, das heißt, der kommt jetzt unvergiftet wieder, wa? Das ist richtig. Puh, das haben wir in unserem Plan nicht bedacht, wa? Oh. Ach, scheiße. Die hättest du ja jetzt ja nicht aufbrauchen müssen. Oh! Good God! Ja! So, das muss richtig viel Schaden gemacht haben. Ja, das möchte ich auch. Puh! Nein! Das war hart die Runde. Ich hätt nicht gedacht, dass... Halt's mal, Jay! Keiner mag dich! Das ist ziemlich präzise, Dadosch. Keine fünf Sekunden im Game, Alter! Ich drehm mich um und der drückt mir sowas von hart ans Gesicht, ey. Es war einfach so auf dem Präsentierteller, da konnte ich nicht anders reagieren. Ja, das stimmt. Ich war ja auch in nem Fensterrahmen, also ich konnte nichts mehr machen, so. Du bist richtig schon rauskatapultiert worden. Das war richtig lecker. Und Dadosch. Der ist doch bestimmt schon wieder am Fall, der bist gestorben. Wie immer. Sack, ey. Das ist einfach zu schön. Ihr könnt ja nicht davon ausgehen, dass er da direkt erschossen wurdest, ja? Dadosch kommt genau auf mich zugerannt, um mich direkt zu erschießen. Ich musste grad erst mal was einkaufen. Komm Dadosch, dann treib doch mal den Trailer-Tester hier. Das wird aber nix. Christian, Bananabombe! Weg da! Aua! Aua! Warum? Oh, scheiße! Gehen wir weg! Nein! Liegt der Hund? Loin, wie weit es fliegt! Aua! Aua! Alter, wenn wir das jetzt noch in die Fresse... Oh, Bananabombe! Sepp! Sepp hat eine Bananabombe geworfen! Ja, Dadosch und Christian oben! Oh, Aua, ich werd beschroffen! Dadosch! Dadosch! Was möchtest du denn? Lass mich doch mal ganz kurz, Sepp! Schimmer, Schimmer! Ne, 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 ne! Komm hier! Dadosch! Und Feuer! Dadosch war Trader! Ne, wieso schießt du auf mich? Bisschen böse! Ja klar, ich hab Dadosch weggemacht! Und da kommen die Bienen zufällig wieder! Das heißt, Jay ist noch ein Böser! Oh, wenn da die Bienen kommen, meinst ich kann die mit meinem Poltergeist anschließen? Das kann nicht sein! Alter, wie dumm sind wir bitte! Da hinten sind die Bienen! Scheiße! Egal wer das ist, tschüss mich mal nicht, wir wissen ob ich die abschießen kann! Christian ist es noch! Ja, aber auch der kann mich da ganz plötzlich abschießen, bis ich so eine Biene getroffen habe! Oh ja, das geht tatsächlich! Geht tatsächlich? Du kannst auch so eine Biene einfach schießen, mit dem Poltergeist! Aber dann fällt dir einfach nur vom Himmel! Ganz schön langweilig! Das heißt, ich kann es nicht benutzen, um ihn anzugreifen! Alter, die Bienen machen so... Christian ist wiedergekommen! Wie hat Peter mich getötet? Ich bin hier hinterher gelaufen! Ich habe den Schuss halt nicht mehr gehört! Der Pflege ist einfach umgefallen! Die ist schneller als mein Schatten! Du kommst doch schneller als dein Schatten, wa? Ja, das auch! Weißt du, wo er ist, der Christian? Noch nicht! Oh nein, das ist brav! Oh fuck me! Säuber! Problem! Hab noch zwölf! Easy! Reicht für'n Fight! Vielleicht doch nicht! Oh, hm, hab nicht gereicht! Die Biene gefightet! Nee, wieso kommst du immer von hinten, Alter? Was stimmt denn mit dir, Link? Weil ich dich sehe und umlaufe! Dann wurde Dalu auch identifiziert und dann habe ich Dardosh mit Dalu verwechselt! Dardosh hat Dalu gemacht! Der Call war Dardosh und Christian! Ich habe es gerufen! Nee! Und ich habe einfach auf Sepp geschossen, weil ich dachte, Sepp Traitor wäre! Ich weiß aber nicht, warum du mich gerufen hast! Dass du Traitor bist, wusste ich, bevor Dardosh auf ihn geschossen hat! Warum? Kann ich nicht sagen! Also, du ist schwer zu erklären! Ich stehe einfach nur von Tremero! Ich stehe einfach nur von Tremero! Ich habe mir Fahrt gefailt! Alter! Das war ja mega schlecht, Mann! Aber ich dachte dann wenigstens, dass du noch starkal bist und versuchst dann auch irgendwie... Ich sehe Dalu! Und der ist... Oh! Oh! Seher! Dard! Dardosh! 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 Wieso geht dann wieder runter die ganze Zeit! Peter du musst doch nur den richtigen Knopf drücken! Du drück doch mal den Knopf da unten! Peter schießt jetzt gleich! Kommen wir in die Säcke! Wooohooo! Alter den Christian schießt! Alter du hast du immer 1 OP bei mir geschossen! Willst du mich verarschen? Wie geil ist das denn? Alle tot! Christian bin ich einfach angegriffen! Das ist ein bisschen OP mit meiner Junkie-Dingsbums, glaube ich. Oh, hier, einer draußen. Ah, Mensch, der Dete. Seid ihr da oben beide? Ach, ihr seid beide jetzt... Ah, Jay. Was ist denn da los, hä? Bist jetzt einer von dem anderen, oder wat? Das ist ja richtig fies. Dado's ist Traitor. Das ist korrekt. Oh Gott, wow! Komm her! Wow! Das ist doch so geil. Äh, Moment, Moment, Moment. Das kann ich nicht zulassen. Natürlich bin ich auch nicht wiederbelebt worden mit Second Chance, Alter. Aber jetzt will ich mir nicht zu handen, dass ich kaum Kills gemacht habe. Ja, das ist witzig. Aber ein bisschen stark, ey. Die Fäuste gehen ja voll ab. Du musst ja einfach durchrasieren. Ja, aber ich war auch Junkie deswegen, weil ich ja so schnell war. Ja, aber normalerweise musst du ja richtig, musst du richtig nah ran und so. Ja. Im Junkie war das schon ganz cool. Ich hab tatsächlich gleich gecheckt, was das für Bewegungen sind. Du kommst auf mich zu, weißt du, der macht irgendwie ein Chicken McNugget. Und ich denk mir, was passiert denn jetzt? Ein auf Chicken McNugget. Ja, das war halt auch umsichtlich, dass die beiden Schlawiner da oben so eine kleine Party fahren. Ja, Christian hat das ja auch schon gesehen. Naja, ich war die ganze Zeit doch cool dabei eigentlich. Ja, das war halt. Das Christian hat sehen konnte, verstehe ich nicht. Ich hab das im Geheimnis gemacht. Also du hattest eine Waffe in der Hand, plötzlich hast du eine Diegel, dann wechselst du dich schnell, weißt du. Das kannst du nur machen, wenn du neben Bram bist. Oh, random damage. Ja, der fällt halt nicht auf. Aber der ist leider nicht geschockt. Alter, was ist hier denn? Hier sind Bananen. Nee, ich hatte 1% Leben noch. Ja, mehr als genug. Ja, das stimmt, um uns zu verstecken. Ich hab random damage. Nee, hab ich random damage? Ich hab 74 AP noch. Madness. Soll ich dazu nur? Madness. Ach, du hast das geschossen, deshalb ist das passiert. Ah, okay. Klick. War ja ein bisschen lang. Klick. Was ist das hier eigentlich für ein geiler Raum? Ach, das ist der Traitor-Tester einfach nur? Ah, okay. Guck mal hier. Das wäre irgendwie so ein Safety Loop für irgendwen. Oh, das hat 20 damage gemacht. Echt? 20? Okay, krass. Warte mal, wie soll ich mich wieder heilen? Mich heilen? Was kann ich denn kaufen, um mich zu heilen? Da. Jay. Ah, du fick. Komm her. Jay hat irgendwas getötet, oder? Dankeschön. Hab ich ihn gerade gemacht? Ne, hab ich ihn. Ohohoho. Und Dardosch ist sauer, der töte ich mich. Warte, ich hab keine Waffe dran. Dardosch ist sauer, der macht mich. Ja, assi, Alter. Vor allem, dass du auch nix. Er ist Traitor hundertprozentig. Oder Jackal. Klar. Das ist nix. Also Jay ist böse, passt auf. Ich sag's nur. Dardosch ist übrigens Traitor. Aber ich hab Jay getötet. Wieso bin ich denn jetzt Traitor? Weil du wiederverlebt wurdest. Wieso bin ich denn jetzt Traitor? Ich wollte nicht. Hey, ich bin noch nicht mal gestorben. Ich hatte nen Deathringer. Ich hatte nen Deathringer. Sagt Dardosch nix mehr, wa? Ne, Dardosch ist ziemlich still geworden. Ja. Ich glaub, Dardosch ist ein Fehler. Ich mach doch nix. Zuletzt Dardosch gesehen. Dardosch hat doch als Call gesagt, Jay hat mich getötet. Ich dachte nur, dass wir ein anderer gesehen haben. Ja, aber Jay hat dich ja nicht getötet. Ja, aber der war innocent. Er hat mich auch nicht getötet. Er wollte mich aber töten. Oh, ich hab gedacht, der war innocent. Ja, Dardosch, erwischt. Ja, Dardosch, was ist das denn jetzt für ne Situation? Ja, er wollte mich trotzdem töten. Wie er es versucht zu treten. Also, ich denk mal kurz drüber nach, aber dann denk ich mir. Madness. Also hat Dardosch jetzt Jay erschossen. Ja. Wo hast man denn das? Ich hab ihn nicht erschossen, das war jemand anders. Ich find's gut, aber ich hab ihn nicht erschossen. Er hat schon andere Shotgun gekriegt. Also nicht die Autoshutgun, die andere, die Pump. Und Dardosch hat er als letztes gesehen, ne? Ja. Dann knallen wir Dardosch ab, oder? Da war jetzt nicht noch einer. Ja, Dardosch, hieß doch nicht, die Sau! Wo ist der denn? Ja, hab ihn gekillt, hab ihn gekillt, ja, das ist gut. Eine Sekunde, ich warte nur, ob er explodiert. Ne, tut er nicht. Na, da war der Karte, da gibt noch Trailer jetzt. Da, du Karte, das ist nur noch Trailer. Aber, komm, da ist einer davon. Ja, letzter Versuch, ah. Hey, du bist eh nur, du Sack. Wir sind nicht. Ich glaub, Seb ist einer davon. Ha! Dachte, ich hätte dich mit der Malfunctioning-Gun getroffen. Ach da? Dann hätt's dich auf den Kempfin einen geraten. Peter ist an den Private Paula gewollt, nein. Private Paula gewollt, bei mir war ich da voll drauf, ey, das ist doch jetzt hier alles scheiße. Wer lebt jetzt noch? Christian und Bram? Also wenn Bram Peter verraten hat und Peter der Böse war... Da, wo jetzt Explosion ist, ist der. Ja, Sepp war wirklich Trailer. Also nur noch Private Paula. Ja, Private Peter ist noch dabei. Ja, ich weiß nicht genau, wo er ist. Peter, kannst du ruhig mit uns talken, oder? Ja, was soll ich sagen? Ich habe euch nichts zu sagen. Dann sag doch einfach mal was anderes. Okay, was anderes. Nice. Bitte? Der müsste in den Spire-Dingern sein. Ja, ja, der ist in den Häuschen drin. Vor dem Häuschen, mit der Reihe. Vor dem Häuschen, mit der Reihe. Ich habe ihn noch nicht getroffen. Alter, wieso treffe ich denn mit der nicht? Sorry, Jade. Aber du wolltest da wen umbringen. Alles gut. Alles gut. Ja. Ich bin jetzt generell ja auch immer. Der ist die ehrlichste Haut, die ich karte. Ich schieße fünf Meter neben ihm. Der aufschlaggebende Grund war das Lachen. Ich schieße fünf Meter neben ihm, schieße ich halt einen Poltergeist an. Ja, aber du hast doch gesehen, ich bin umgefallen. Du hast nichts gesagt, oder? Also wusstest du, dass ich einen Deadringer hatte? Nee, ich habe gesehen, dass du halt weitergelaufen bist, weil du einen Deadringer hattest. Warum soll ich dann groß reden? Random. 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 Glück nicht getroffen. Hat denn? Ich schon. Wer ist Peter denn? Oh, keine Ahnung. Gämmler, Peter. Äh. Ich bin nicht der Gämmler. Ja, Dodge. Oh, da ist einer weggeflogen. Äh. Warte mal. Dalu, hast du den gerade mit einer Random Gun gemacht? Wur soll ich denn eine Random Gun herhaben? Peter ist explodiert. Ich habe gerade kurz erst gedacht, Peter hätte in der Ecke gestanden und gekauft. Da, wo der gestorben ist, ist so ein Traitor-Ding immer. Ah. Okay. Wow! What the fuck? Okay, und Autos sind auch neu. Aber das ist eine Traitor-Falle? Ich würde jetzt sagen, wo ist der? Oh! Hier ist jemand direkt gestorben. Dalu. Da bist du. Ja, 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 ja. Okay, nice. Chris hat ihn immer. J ist dann der andere. J, ich glaub, ja, okay. Ah! Nein! Kombiniert! Alter, what the fuck? Nice kombiniert. Er blieb halt aus Chris'n Perspektive, nicht so viele andere übrig. Ja, ich weiß. War nur noch da noch schon. Dalu war doch dann für ne Lame-Runde. Die war richtig gut, ey. Das war daran gut, aber alles lame. Was hast du mit Peter gemacht? Jeder ist an der Traitor-Falle gestorben, dann habe ich sie mit Autos abgelenkt. Wenn man die anderen nicht kennt. Jeder von euch habe ich schon geguckt zumindest. Ja, Peter ist einfach die Fenster oder so raus als Punktwitz für der V. Alter. Ja. Klug da so ne Leiche durchs Bild. Hier in der Wand ist das oder was, Dalu? Ja, also ich hatte gerade einfach alle random Dinger. Oder ist das der Kühlschrank? Das Ding da, die roten Flaschen, die da liegen. Ach die. Haben die nicht früher mal Credits gekostet? Ist der Map abhängig. Also ob der auch. Ja. Komm, ich habe aber... Was ist denn da passiert? Ach komm. Haben wir Trailer? Echt jetzt? War nicht gut. Wir haben ihn gemacht. Der Wichser, ey. Zünd ihn an jetzt. Aua! Äh! Sepp ist es! Wieso freit der denn dann? Aua! Sepp ist in den Teeraum gelaufen. Auf die Leiche. Du schießt auch noch auf mich. Du hast es gesehen, Bram. Gibt es einen Teeraum? Auf der Map? Ich habe ihn gemacht. Könnte natürlich sein, dass er sofort wiederkommt. Ich renne mal weg. Warum? Ich habe Angst, dass er nur so auf mich geschossen hat. Moment. Ah, der war T. Ach, okay. Ich komme zurück. Also es gibt einen Teeraum? Oder zumindest keinen, den ich kenne. Ich wollte das nur sagen, damit meine Beweislage besser aussieht. Hodo! Oh nein. Nicht jetzt, wo hier Poltergeist-Action macht. Das war... Hodo und Peter ist dringend. Wolltest du schon wieder abdrücken dadurch, ja? Ja, ich habe kurz gedacht, dass du mich töten willst. Wie jeder andere auch immer. Alle wollen sie mich töten. Ja, okay. Holt der Geist. Was sollst du mit der Crew bei deiner Hand, ja? Hier, guck mal, das ist meine eigene Leiche. Ich möchte die eigentlich identifizieren. Black Sample. Ja, ja. Ich habe mich hier nicht bewegt. Kämpfer Joe. Oh, Sichlor. Headshot. Boah, das war aber knapp. Das war Dalu. Nee, das haben wir miteinander machen. Das ist so. Du musst überhaupt da die Hand nehmen. Naja, Dalu hätte perfekt dafür gestanden. Stimmt schon. Ja, aber du hättest das auch zeigen können. Ich kann euch sagen, wer das war. Ja, hier. Dadosch. Hast du den jetzt gerade einfach weg geschlossen? Ja, ich hab, ja. Und jetzt rennst du einfach weg, oder was? Ja, was soll ich machen? Soll ich fighten? Ja, der ist identifiziert? Ja, den Jay wollte nicht töten? Den Jay wollte? Ja, natürlich. Du hast den ja auch eingeschossen. An der Stelle mal ganz kurz. Hä? Was willst du denn jetzt? Peter ist... Dadosch. Ja? Stakart gewesen. Ähm, und ich hab nen Bug für dich zu reporten, Dalu. Wenn du Detective bist, ja? Und ähm, gleichzeitig hier, wie hieß er... Also Dadosch ist gerade explodiert. Ja, aber dem kann ich dir trotzdem sagen. Ähm, wenn du Detective bist, als Sidekick geschossen wirst, und der, der, äh, zum Sidekick geschossen wirst, und du dann, wie hieß das, Agent bist, du deine Fake-Leiche danach nochmal anguckst, wirst du in der Sekunde wieder zum Detective, weil ich bin Detective, obwohl ich Peter grad gemacht hab. Nein, aber das heißt, du bist der Letzte, der aber noch als Sidekick zählt? Ne, ich zähl als Detective jetzt wieder. Ja, aber kann ja nicht. Christian ist ja auch kein Traitor, und Dadosch und Sepp sind ja schon durch. Und Jackal waren Peter und du. Also, musstest ja dann du der Böse sein noch. Und der Peter lebt wieder. Ja, eben. Lebt Peter wieder? Ja, weil da liegt noch mein Boom-Buddy, den ich gelegt hatte, direkt neben meiner Leiche, und Peter muss dann... Peter steht ja auch wieder im Scoreboard. Peter steht auch wieder im Scoreboard. Peter steht auch wieder im Scoreboard. Ah, ja, okay. Hade, Peter! Dann suchen wir natürlich sehr live, Peter. Hast du selbst gemacht? Nee. Okay, Peter steht... Moment, Peter schreibt gerade noch, er lebt nicht wieder. Aber der steht bei mir auch im Scoreboard. What the fuck? Aber das... Okay, irgendwie... Das ist Christian, ja. Quatsch, das ist Christian. Dann bin ich doch noch als Sidekick, aber ein bisschen unten links Detective. Gib mal Kill bei dir ein. Oder ne, du bist Sidekick, der müsstest nicht wegmachen einfach. Fertig. Der Plan. Achso, das ist der Aufzug, ich denk schon. Der ist Bananenraum. Ich hab das Gefühl, dass Rami hier irgendwelche Spielchen spielt. Kann doch nicht, regne doch durch. Ja, ich weiß. Holy moly, Alter. Nee, Moment mal, ganz kurz, kurz dringend zu Ende. Nein. Danke. Jetzt treff ich nicht. Ich erschleck mich doch. Fall doch mal um. Nee. Wow. Oh. Scheiße, Alter. Was büssen du jetzt? Oh. Aua. Aua. Nochmal, Aua. What the fuck. Alter. Heute kann ich nicht. Ich weiß nicht, wo du fährst. Was? Aber ich kann da rein, oder? Nein. Aber ich kann den aktivieren, weil ich doch noch Detective bin. wo genau bist du jetzt? Ich hör dich nur. Was? Und jetzt hat auch der Jackal gewonnen. Jetzt hat der Jackal gewonnen. Jetzt hat der Jackal auch gewonnen, ja. damals war es so, du konntest als Inno eine T-Fake gleich legen. Wenn der Detective die dann wiederbelebt hat, bist du Trader geworden, weil du ja als T wiederbelebt hast du einen Screenshot gemacht? Nee. Na gut, aber jetzt weißt du halt Bescheid. Die Chance ist so gering. Ja, aber vielleicht will das ja der Entwickler trotzdem irgendwann fixen. Und dann weißt du jetzt. Rums Bugs interessieren keinen. Die werden gar nicht für voll genommen. Das finde ich frech von da. Stimmt nicht. Ich habe es notiert. Ein Posted hier am Mülleimer. Nein, Quatsch. Das finde ich nur Spaß. Immer im Mülleimer. Und benutzt ein Posted. Selb Pandonautos. Ich habe die Runde für uns Jackal geholt. Ja. Das hätte nicht funktioniert als Sidekick. Ja, da musstest du schon Jackal sein. Du, was möchtest du denn? Ich habe Angst, dass ich erschossen war. Ich habe Angst, dass Sepp mich wirklich erschießen, weil mit dem Medikit... Warum? Ich wollte dich heilen, Arsch. Ich glaube, Sepp ist Jackal. Ja, okay. Da kam mal. Das ist passiert. Ja, Moment. Der Diegelschuss kam aber nicht von Sepp. Nee, wart aber nicht. Du auch nicht. Ja, dort. Der oben bei Dalu und Sepp war das dann wahrscheinlich. Der Diegelschuss kam nicht von oben. Ja. Das habe ich aber anders gesagt. Ja, ich habe das auch gemacht. Das waren Sepp und Dalu. Eben einer hier in der Runde hat echt Bock, hier will Leute zu verraten, habe ich das Gefühl. Wer von euch ist jetzt der Sidekick? Was ist das Problem? Dalu ist der Sidekick. Was schmeißt du da schon wieder? Was ist das Problem? Ich finde, das ist ein Problem. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Wenn ich dir sag, der Schuss kam von woanders, dann kam der Schuss von woanders. Ja, da kam auch woanders. Stimmt, weil du lügst ja nie. Hier, mach mal die Traderfalle. Ich habe keinen Grund, die ihn anzulüge. Jay ist das Fass. Mach mal die Traderfalle mit dem Auto. Christian, was machst denn du? Das war knapp. Weiß ich nicht. Das ist random, was ich mache. Ja, dann hör mal auf, wenn der Random Gun auf mich zu zielt. Wieso denn? Haha. Trader, falle schnell. Aua. Oh, random gun gefällt mir aber auch. Hast du recht an der Stelle? Oh, da hat jemand geshoppt. Die ist in der Regel sehr böse. Ja, ich habe geshoppt. Auf jeden Fall, während ich halt hahaha gemacht habe und auf dich zuspringe. Na, du läufst nur rechts und links. Christian schießt auf mich mit der... Hey, hast du den nicht geschossen? Ja, okay. Achso, nö. Hab ich zurückgeschossen, Christian? Weil ich gerade auf der Jagd direkt bin. Haha, du hast dich geheilt! Selber dich geheilt! Ja natürlich, ich bin doch Priester, du Arsch. Achso, ja Leute. Oh shit. Was ist falsch für euch, Jungs? Du bist fishy halt. Ja, mega! Ich schieße überhaupt nicht zurück, wenn mich hier alle Leute einfach mal random anschießen. Das ist ja nicht random. Außen sterben alle und Dalu nimmt die nach. Das ist doch schon gewollt! Dalu ist doch wieder voll. Ich war nie. Da schlag hat das Auto! Wer hat nicht geguckt? Ich hab nicht damage bekommen. Da hat einer nicht geguckt. Hier, direkt mal gucken. Freda! Was soll das denn? Freda! So, Freda, wir sind die Letzten. Ne. Ach da, Dalu hat Dingens an. Ha! Verhindern wir dich um? Oh ne! Aha! Scheinst du mehr zu glauben. Was glaub ich dir? Hast du mich als Zeit... Du bist es. Machst, dass du hier Zeit gegen bist. Du hast gedacht, ich werde Zeit gegen... Was? Nie! Ich werde beschossen, du Affen! Komm, Alter! Du hast mich am Anfang von hier nach... ausgeliefert. Wieso? Wieso möchtest du mich töten, Peter? Lol, er ist nicht... Ja, Lube. Ich bin wirklich böse. Du hast am Anfang gedacht, ich bin Side-Kick, Alter. Ja, dachte ich auch! Du hast mich da hier ausgeliefert. Ja, ausgeliefert! Schmausgeliefert, Alter! Das klang eindeutig, als wäre der Schuss von da oben gekommen. War ne gute Aktion. Wir bedanken uns jemals fürs Zuschauen. Und... Der sagt zwar mal krank, der haut rein zu. Nee, raus! Wir haben 6 bis 3-6, improvements! Wirams nevieren uns j 요즘 fast mittlerweile. Wir chickenen ein halteres sudah kurz Ćs, Oh, was ihr mit justider? Die medicinrebbe תammed. Wir Pardonen wir uns ohne hier frei. Ich denke, 안녕! Untertitelung des ZDF, 2020